Hallo Kameraden, ich darf mich herzlich bedanken für die Nominierung bei der Freiwilligen Feuerwehr Mörskofen in Bayon. Ich hoffe, die Aufgabe macht ein wenig Spaß. Wir nominieren natürlich die nächsten Löschzüge, und zwar den Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal, den Löschzug Ölendal der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal und unsere befreundete Wehr in Diemelstadt-Roden. Die möchten wir auch herzlich gerne nominieren. Ja, vielen Dank, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also, nochmal vielen herzlichen Dank für die Nominierung für meine bayerischen Freien. Er fällt es mir sehr, dass ihr den scheiß Eidbrot habt. Die Grundregeln sind ganz einfach. Innerhalb von 48 Stunden müssen die Nominierten Feuerwehren die Cold Water Challenge erfüllen. Ansonsten freuen wir uns über ein Grillfest. Und parallel werden wir 20 Euro Spende im klassischen Sinn der Cold Water Challenge an Paulinchen stiften. Toi, toi, toi! Unseren zukünftigen Herausforderern. Auf geht's! Vielen Dank.